Mein Name ist Thorsten Sprenger. Ich arbeite bei der Firma Leax Brinkmann als Produktionsleiter. Wir sind ansässig im Teutoburger Wald bei Detmold. Unser Kerngeschäft sind Zahnräder im Bereich 30 mm bis Durchmesser 650. Im Moment beschäftigen wir 96 Mitarbeiter. Wir arbeiten mit der Firma Schunk zusammen seit 2002. Seit dieser Zeit ungefähr stellen wir alle Spannmittel im Bereich Weichdrehen, Hartdrehen auf Schunkprodukte um. Angefangen haben wir mit plamatischen Großhubgreifern. Losgrößen ab 50 bis 150 bearbeiten wir mit einem elektrischen Großhubgreifer, um die Packungsdichte auf den sehr teuren Systempaletten eigentlich so gut wie möglich auszunutzen. Wir haben die Roboterlösungen seit 2007, 2008 im Programm, haben alles auf die Firma Schunk aufgebaut, weil wir sehr kurze Lieferzeiten, weil Katalogware, zu sehr guten Preisen mit einer sehr guten Beratung bekommen haben. Wir freuen uns über die Flexibilität, die wir mit der Firma Schunk für uns zusammen erarbeitet haben. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020